Du hast nur noch zwei, ne? Naja. Einen hab ich ja selbst ungebracht, ey. Was hab ich denn jetzt machen? Ich kann ja... Von hier kann ich eigentlich nur... ... dem da unten was schaden, dem 25er. Ich glaub den töd ich jetzt. Ja, mach ich. Mach das mal, ne Junge? Egal. Oh, wie doof. Egal. Jetzt ist er schon mal runter jedenfalls von dem Dings. Nein, nicht die Waffe. Ist nicht gut. Benzinbombe. Benzinbombe? Ja, der Molotov-Cocktail. Toll. Scheiße. Er ist tot. Ja, aber ich wollte... Eigentlich wollte ich ihn runterschubsen. Irgendwie noch. Ist doch noch... Ja, so mein ich. ... das ist falsch getroffen, oder? Ich weiß nicht. I don't know. Welcher ist denn jetzt? Ach scheiße, der ist dann beim H2O da, ne? Ne. Achso, ja. Du hast recht und beschützt da, Jens. Welcher denn jetzt, Mann? Ja. Oh, springen kann ich, glaub ich, nicht, ne? Da irgendwie. Über die Muschel. Ey, ist zu gut. Give it a try. Ne. Das ist gut. Nein, ich... Dummer Mensch! Ach, die Muschel! Was macht die denn gar nichts? Keine Ahnung, die kript mich jetzt erstmal ein. Oh, ich verliere noch. Das ist das Schlimme, ey. Verliere noch. Oh, ist das schlecht. Fuck. Nein. Nein. Du musst ja auch noch runter, ey. Nein. Ja. Hehehehe, komm da runter, ihr Schweine da. Von mir, komm. Kann ich durchs Wasser schießen? Ich glaub schon. Okay. Komm ich denn jetzt hier raus? Nein, wie dumm, ich geh doch noch hin, ey. Scheiße. Kommst du doch noch raus? Weiß nicht, ich versuch jetzt erstmal... Doch, warte. Der Weg wäre weniger zu graben. Da muss ich hin, ne? Scheiße. Komm, komm, komm. Nein! Mann, wie ärgerlich. Wir sterben doch da unten, ey. Oh fuck, jetzt hast du ja richtig gewinnt in den Freiraum. Oh, Alter. Die Tasten, ey. Ich sag ja, ah, ist immer... Okay. Wie er hochfliegt. Das ist eine ganz andere Physik dann auf einmal, wenn er im Wasser ist. Scheiße, ist cool. Die Cluster sind irgendwie alle sofort hochgegangen. Das war keine normale Granate. Das war die Clusterbombe, aber ich hab da keine Cluster gesehen. Ach so. Aber die im Wasser waren wahrscheinlich. Ja. Oh mann. Der Artuba ist halt ein... Obwohl, da kannst du auch Granaten jetzt reinwerfen. Geht auch nicht, das geht in die Hose. Das geht in die Hose. Und dann kannst du nicht... Ja. Oh, Schwein gehackt. Alter Schwede. Das Wasser sieht merkwürdig aus. Wir sind Glibber. Ja. Fuck ey. Was soll meiner denn da bei der Muschel noch machen? Du kannst ja springen. Kannst dich ja befreien dann. Mal gucken. Der hat noch 100, oder? Ich glaub ja. Alter, kommt da irgendwie raus hier? Das sieht nicht so aus. Ne. Das sieht nicht so aus. Okay, da muss ich... Muss ich wieder zaubern hier. Da muss ich wieder zaubern. Na. Wasser kommt. Bitte? Wasser tropft auch wieder. Ja. Da muss ich jetzt... Oh. Health. Du musst springen. Naja, okay, stimmt. Nein! Was soll ich jetzt machen? Komm schon! Du kannst es auch kaputt schießen, ne? Aber dann machst du ja selber halt tot, ey. Geh andersrum. Es geht, ja! Jawoll! Nein! Das ist echt lustig, diese Items hier rumliegen, ey. Ja. Aber Tuba ist geschützt, weil das dann links an der Wand ist. Gut, vor Cluster schützt auch niemand nicht. Ah! Nein! Sehr gut! Jetzt komm ich da vielleicht raus. Glaubst du sogar. Scheiße! Wie dumm! Oh! Da wurde ich nicht nachgedacht. Hätte ich dir aber auch nicht nachgedacht. Hätte ich dir aber auch nicht nachgedacht. Ja! Oh, schein gehabt. Ja! Nein! Nein! Wieso? Bloß nicht die falsche Taste drücken. Und X! Ich muss meinen Sturm wieder mal ändern. Nein! 34! Geil! Nein! Ja! Oh, wie großartig! Das war's, das war's. Er hätte tot sein müssen dann. Wäre es nicht ganz so wild gewesen. Aber jetzt wäre es in eine Granate rein. Oh, die Clusterbomb macht 50 Schaden. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Das ist ein Verkackstie. Ne. Oh, oh, oh. Das wird... Aua! Oh nein! Da kommt er nie wieder raus, ey! Wie viel Schaden hat das jetzt gemacht? 55. Ah ja, immerhin. Das Wasser wird immer mehr. Scheiße, aber meiner ist gleich auch tot, oder? Alter, das Wasser! Nein! Oh ja. Ja, aber wie soll ich das... Soll das... Ja, ich muss ja auch rüber... Ich komme da auch nicht rüber. Weißt du? Ich muss ja... Was soll ich denn jetzt machen? Du willst eine Granate da oben durchwerfen und dann... Die Cluster ist es. Und die dann in der Luft explodieren lassen, dass du dann von einer kleineren getroffen hast. Ja, alles klar. Ich hab nur eine, das war viel geiler. Das darf ich doch nie. Das geht gar nicht. Bestimmt irgendwie. Also Rakete durchschießen. Ja, mit dieser so wahrscheinlich... Nee. Du kriegst dich noch selber mit. Ja, naja. Wie hätte ich das denn sonst mal sein? Du meinst oben rüber? Alter, was soll ich denn jetzt machen, ey? Ich muss mich da erstmal irgendwie da rausbauen, rauskämpfen. Oh Mann, ey. Was anderes bleibt ja auch nicht übrig, als den Weg zu bauen, Engel. Sonst treffen wir uns ja nie. Boah! Ich wusste schon mal wieder unter die Muscheln. Ich dachte schon, ey. Ich bin wieder unter der Muscheln. Ich bin wieder unter der Muscheln. Oh, ey. Ich bin wieder unter der Muscheln. Ich bin wieder unter der Muscheln. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Ja, wer weiß, was da drin ist, wenn es die Bombe ist. Ja, die Bombe zack bin ich tot. Der Stahl-Esel, er wird auch ein Esel. Er ist mal weg hier, bevor du irgendwas auf mich auf... Auf mich auf... auf mich auf... auf... auf mich auf... auf mich auf... Hab ich nicht noch einen Maulwurf, oder war das im Spiel eben? Irgendwo hab ich einen Maulwurf eingesammelt. Ne, das war im Spiel davor, aber... Und? Äh... Es wird... sie... ich würd dich mit dieser Waffe treffen, aber sie würd dich nicht töten, glaub ich. Wer ist denn das? Luftschlag, oder wie? Ah, bestimmt die Bunkerbombe. Ja, genau. Aber geht die nicht denn schon in der Mitte los? Ich weiß es nicht. Ne, die hat... sie gräbt so und so lange und dann geht sie los. Ich mach sie einfach mal. Auf jeden Fall trifft sie nicht. Glaub ich. Vielleicht geht schon vorher los. Nein! Oh, schuldigung, ey. Oh, Mann ey. Aber egal, wenn ich da Granaten irgendwie reinwerfe, vielleicht rollt sie dann da rein. Aber du gehst ja weg davon. Ja. Ich weiß gerade, was ich jetzt... Die Bunkerbombe hat eh nicht viel Schaden gemacht, oder? Guck mal, die Mini-Explosionsradius da. Oh nein, jetzt kommst du da schon durch bald, ne? Scheiße, ja. Aber ich könnte doch... ich probier mal, mich da weg zu bewegen. Komm, da müsste ja vielleicht sogar schon klappen, wenn ich jetzt hier... Ja, sehr gut. Na ja, sehr gut, ich weiß nicht. Sehr relativ, ne? Oh! Oh! Oh, haua! Oh, das ist eine Mine. Mal aufpassen. Nee, dicht. Nee. Oh, was für ne... Das sieht doch ein guter Granatenweg aus. Ist doch was noch in der Mitte, nein, da ist nichts. Doch so'n kleiner Friegel ist da. Der ist da, hast du gesehen? Haha, die blockiert, genau. Ah! Scheiße, jetzt hast du mich, glaub ich. Oder, komm ich da hoch? Glaub nicht. Ja, nee, stimmt, der eine, der letzte, der letzte Zippel, aber... Du hast ja schon recht guten Weg eine Granate zu mir zu haben. Boah, ich bin ja dafür nicht dazu geschützt. Jetzt geht er weg. Ja, stimmt. Ich dachte, das bleibt jetzt erstmal eine Runde oder so. Leider nicht. Mach mich da hoch? Nee, ne? Glaub nicht. Vielleicht. Vielleicht denn das machen, mit der Granate, oder? Naja, aber dafür bin... Jaaaa... Schwierig. Schwierig, schwierig. Toll. Der nächste Hubbel. Nein, weiter. Nein. Was ist das? Eine Waffe. Was? Vernichtungswaffen? Versteht das da immer? Ja, da steht da... Ja, da stehen verschiedene Sprüche stehen da. Das ist eben auch eine Waffe, du wusst. Ja, aber die hat wenigstens... Wie sieht man irgendwie nur diese blöde Wasserpässe? Scheiße. Nein, die Cluster! Das ist doch eine Cluster! U... O... A... E... Ja! Nein! Oh! Oh! Nein! Nein! Moment! Schau! Mann! Oh nein! Warum tue ich das? Ich weiß es nicht. Wie weiß es nicht? Das sieht schlecht aus für mich. Baseballschläger. Super. Ja. Ich will jetzt ins Wasser springen zu mir und dann mir eine runterbraten damit. Flup! Ich weiß gar nicht wieviel Schaden das Ding macht. Auch 30 wahrscheinlich. 25 wahrscheinlich. Nee, nichts passiert. Ja, schön noch in die Grube rein, dass wenn da eine Granate reinfällt... Dome! Ja, wollte ich gerade sagen. Ich wollte eigentlich noch weiter, aber es hat nicht geklappt. Es war zu wenig Zeit. Aber... Ja, wüsste man auch nicht so richtig springen könnte im Wasser oder so. Nur schwimmen oder sowas. Ja. Aber schwimmen wäre ein Vorteil. Ja, stimmt. Nein! Nein! Und den noch in der Grube gefangen. Fuck. 39. Oh, das ist ein Kampf auf... Ja? Ja! Wo kommst du hin? Jaaaa! Ja, scheiße. Oder? Ah, 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 ah! Geht nicht. Scheiße, wa? Scheiße, da! Oh, ist das Essen, ey. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das sah am Anfang so gut aus für mich. Aber es ist eigentlich auch ein Vorteil, wenn man nur noch einen Wurm hat und der ist gut platziert, der kommt halt immer wieder dran. Da ist natürlich... Nicht schlecht, nicht schlecht. Not bad. Ja, dann war's das erstmal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Vielleicht kann Juli irgendwann auch mal gegen mich gewinnen. Mal gucken. Bis dann. Und tschüss! Ciao!